Wir müssen jetzt hier auf... Achso, wir müssen Gauss Vater noch besuchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt sind wir hier. Ich glaub, das ist... Was war das denn auf der Stadt hier? Ja. Los, Falke. Oh, Blitz. Achso, mit Terra. Hm, vielleicht kann man Terra nicht schon zurückholen. Super klug. Hm. Terra liegt auf jeden Fall schon mal nicht mehr in ihr Bett. Das heißt, Katrin wird ein Baby kriegen. Meine Mutter sah aus, bevor meine Mutter da war. Okay. Wo ist denn Terra? Katrin ist weg. Ich weiß nicht, was ich tun. Katrin ist schwanger. Wo ist sie denn? Hm. Wuh. Wen keine Ahnung. Wie will ich weiß es einfach sagen? Ja das kann man nehmen, kann man nehmen und schlauern können. Ja. Bist du doch automatisch geht. Ich kann jetzt auch kommen lassen. weiter von der schädung das ist das dumme kasten gewesen und er ist da unten ja, wo Doma war das hier? hmmm, dann gehen wir später mal rein, glaub ich was war das hier für ne? ach, das war ne normale Stadt da oben Marsche, oh mein Gott, ich komme mir ganz durcheinander, nein ist das das Kolossium oder das? das Opernhaus das Kolossium, ok könnten wir mal Dingens versuchen hmmm Scheruze holen hm soo soo tup 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 soo was war denn das nochmal für ein Gebrauchsgegenstand hier? keine zuvieligen Gegenangriffe, hey, cool äh, Memento Ring Schleich Ring ok ja richtig Shadow wer nehmen wir denn da? sabben dun 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 ok jee was machst du denn hier? das einzige was ich kann ist kämpfen warum kommst du nicht mit? nun das heißt will ich wissen was ich hier erreichen kann jee, nehmen Shadow ok das war einfach doch doch hm hm Todesadler hm hier auch immer w 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 j j nur noch diese Insel finden, wo Locke ist. Es war irgendeine Zoo-Zone, da will ich mich hin. Das ist ein Sobernhaus, da ist nämlich ein Drache drin, den wir auch noch nicht besiegen können, weil wir viel zu schwach sind. Ach, da war das Hausfrau. Oh oh. Schnell. Magie. Tan. Magie. Fluch. Puh. Das war echt ein schwieriger Kampf. Zumal die drei zwei Leute von uns gekillt hat. Aus Todesblicksbaul kam eine Magiezeit-Scherche. Bahamut erhalten. Yes. So, da gehen wir uns auch nicht mehr auf die Eier. Mann, die sind kackig. Oder wir gehen den Secret-Character holen. Dann schaffen wir das ja jetzt. Nämlich hier drauf. Nämlich hier drauf. Ey, wir gehen uns nochmal ordentlich. Bling! So. Wieso? Ja, wieso wir ihn lieben eigentlich? Hm. Okay. Hier auf der Insel gibt es nämlich ein Monster, das uns einsaut. Da ist es auch schon. Oder frisst. Wir müssen einfach so lange warten, bis uns alle aufgefressen hat. Nichts machen. Hm? Ja. 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 Ja.